Drei lustige Bewertungen, zwei Fake, eine echt, finde die echte. Liegt nah am Stadtzentrum leider zu viele Rattenbiber und Hamster, die überall herumrennen. Schön, aber sehr eng. Mein Nachbar wurde dort schon mehrfach überfahren, werde auch nicht mehr dort parken. Es ist sehr eng innen und abends ist es schwierig eine Parklücke zu finden. Sehr schöne Bewertungen heute, richtig war die Nummer 3. Ciao Gummi.